Ich kann mir vorstellen, wo es weitergehen könnte. Na, hier nicht. Das war auch so ein Bosskampf, ey. Direkt als erstes ist er richtig schön reingefistet worden, ey. Da hinten war doch eine Tür. Alter. War das hier? War das da oben? Irgendwo war doch eine Tür. Hier. Ich hätte mich auch einfach porten können. Aber schließt das Tor auf. Natürlich schließe ich das Tor auf. Aber ich würde es halt noch ein bisschen komplizierter machen. Das macht gar nicht, weil du mal hin musst. Man merkt sich doch nicht. Weißt du, man merkt sich doch nicht, dass hier eine Tür war. Alter. Alter. Die haben gut Leben. Man merkt schon, anderes Gebiet. Mehr Leben. Mhm, mhm. Sonst nix mehr hier oben? Nee? Gut. Jetzt wird es langsam gut, wenn ich mal einen größeren Stein finden würde. Oh nein. Nein. Oh ja. Ja. Oh no, 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 no. Alter, jetzt bleibt doch mal liegen alle. Ah, was ist denn mit euch? Durch, einfach durch. Weck mich alle. So, jetzt. Fuck. Fuck! Boah, fuck you! Boah, alter! Boah, alter! Boah, alter! Boah, alter! Boah, alter! Fuck! Nein! Boah, alter! Boah! 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 Oh Alter, misch dich doch nicht ein, Alter. Der mischt sich, der kleine Wichser da hinten, Alter. Es ist doch schon schwer genug, den einen zu besiegen. Aber nee, dann müssen sie noch so ein Bushi da reinhocken, weißt du? Das bloß nicht leisten kannst du sterben, Alter. Oh, ich könnte so... Oh Gott, ich könnte so kotzen manchmal. Oh, nö. Oh, mein Gott. Ey. Ich hab mich mal in Sitzling irgendwo hinsetzen können. Tschüss. Alter. 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 Ich bin doch hier. Ich habe es nur nicht gesehen. Okay, was kann ich gegen den Feuer auf jeden Fall? Also, warte mal. Oder verbrennen? Ich mache mal Verbrennung drauf. Verbrennung und Schutz. Alter, Junge. Alter, Junge. Alter, Junge. Oh. Alter! Alter! Oh mein Gott. Nein! Ja, okay, der war okay. Ja, komm. Der war nicht schwer jetzt, so an sich. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass er wirklich schwer war. Das mit dem Wasser, das war so nervig. Das ist ja das Einzige, wo ich sagen würde. Schnell! Der muss nicht sein, ganz ehrlich. Aber komm, jetzt haben wir die Frostachs von dem noch bekommen. 160? Das kann man so schlecht, ne? Also, 150 Frostschaden. Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Jetzt haben wir noch eine Frostwaffe. Gegen Feuergegner hat vielleicht ganz gut. Ich sag mal, ich bin froh, dass ich sie bekommen hab. Ich dachte, die sind beide nicht mehr da jetzt. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Bevor ich jetzt hier... Ne, ist meinet. Dafür gebe ich jetzt den Samen nicht aus. Für die paar Meter. Ausdauer ist the key, Alter. Ich hab's gerade schon wieder gemerkt. Ich brauch mehr Ausdauer. Dann ist das auch alles nicht mehr das Problem. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich... Höchstwahrscheinlich, wie ich das Spiel so einschätze, kommt jetzt wieder ein Boss, wo dich richtig schön... Fistet. Schneegebiet. Also, Feuer ist, glaub ich, ganz gut. Gut. Gut, dass ich den Überrest nicht benutzt hab. Ja, ruhen tue ich jetzt nicht wegen ein bisschen... wegen ein bisschen Leben, was ich jetzt hier verbraucht hab. Ähm... Ah. Hier ist nix. Oh, brauch ich alles, ne? Ja, gut, ist Mana vielleicht. Ja, aber... Stellt langsam... Stellt langsam Mana wieder her. Das könnte man theoretisch... Ich sag mal, es ist jetzt nicht unnütz. Genauso wie... Genauso wie die hier, weißt du, jetzt kannst du mal... Kannst du mal benutzen... Ja, gut. Ja, gut. Da versteckt sich noch einer. Ah, das mit der Seele rausziehen, das ist schon... Das ist schon nice, Alter. Das ist schon nice. Okay, da ist unser nächstes Ziel. Alter. Ja. Ja, Assis, ey. Natürlich geht das jetzt nicht. Gut, dass wir dick angezogen sind. Alter, das sind extra Bogenschützen jetzt, stärkere. Okay. Verbessertes, blutendes Messer. Ja, ja. Aber die Ausdauer ist echt... Echt noch ein Problem. Ich bin ein Problem. A blessed peace Perhaps I'll just damn the whole mess Toss my crown into the gorge And live out here as a hermit You'd find me a wise and fair ruler Well, you learned it from me, after all But you'd never abandon your throne Or your wife You're right Of course, or my child You're going to be a father Congratulations To you and Sofasia King Yorke I Has a certain ring to it Don't you think? Oh, bear that in mind Och ne, ich muss jetzt wieder zurücklaufen, oder was? Oder ist hier zufällig? Ne Also hier kann man mit Feuerschaden Punkt Wie? Wie? Oh, oh nein Irgendein Eisdrache jetzt als Gegner Irgendwas Kann ich mir gut vorstellen Irgendwas in die Richtung Irgendso ein Eisdrache Oder Eisgoal Alter Das ist doch viel zu nah dran, oder? Ich brauch mir wieder einen Checkpoint Das wäre ein Genuss Ein Checkpoint Och ne Och ne Boah 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 Ich dachte, ich bin gut aufgestellt. Aber wenn ich mir das so anschaue hier... Alter, jetzt hört doch mal auf, die ganze Scheißkante aufzuhängen, ey. Das ist so typisch für so Souls-Games, weißt du? Da ist eine Zentimeter-hohe Kante. Ich komm da nicht vorbei. Alter. Ich will erst... Bevor ich das mache, ne? Ich bin ein Safe-Freund. Nix da, Alter. Das sind jetzt Feuersalze. Ja, genau, das brauche ich wahrscheinlich auch. Eigentlich nicht das. Alter, hör auf, die Scheiße auszuwählen die ganze Zeit. Feuersalze. Und die richtig großen Feuersalze. Die halten wahrscheinlich länger, das Päckchen, ne? Gut, 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 gut. Okay, wenn ich hier reingehe, komme ich nicht weiter. Aber wenn ich hier drüben sterbe, ist auch scheiße. Ich muss jetzt hier drauf gehen, ne? Nein, ich komm nicht weg, Alter. Alter, ich fick das Game. Jetzt darf ich komplett da wieder hinlaufen. Nein, die drängen dich in eine Ecke und du kommst einfach nicht mehr weg. Jetzt darf ich nochmal an dem Hurensohn vorbei, oder was? Oh, fickt euch doch, ihr kleinen Wichser. Die drängen dich in eine Ecke wie so ein Mobbingkreis. Und du kannst einfach nicht weg und dich heilen. Boah, kotzt mich sowas an. Warum macht man sowas? Hiss dich. Nein, ich bin in Ruhe. Ha, daneben. Boah, wie ich die jetzt... Ich muss den killen, ne? Das geht nicht anders. Den einen mindestens. Boah, fuck. No way, Alter. Alter. Ich könnte das Mikro erwürgen, ey. Meine Fresse, Alter. Das gibt es nicht. Auf die Klippe stellen die Sonnen-Hurensohn, ey. Boah, Mann. Und dann nicht mal ein Checkpoint. Du musst da komplett wieder hinlaufen. Wer macht sowas? Überlegt, bevor ihr sowas raushaut. Alter. Ja, ein Spaß. Ich muss komplett von hier jetzt wieder hinlaufen. Hm, cool. Geil. Hm. Ja, yuppie. Oh, hier wieder komplett durch. Wie geil. Ey, guck dir mal die Strecke an einfach, die du da zurück... Scheiß auf die Punkte. Guck dir mal diese scheiß Strecke an, ey, die du da zurücklegen musst. Geh da hoch jetzt. Alter, lass mich weg hier. Ihr Fichser, ihr Krüppel, ihr Verschissenen. Du kleiner Hurensohn, Alter. Verpiss dich. Nein, du bist nicht mehr so stark, wenn man vor dir steht. Alter. Entschuldigung für die Ausdrücke. Toll, schon wieder zwei Stück verloren. Ey, ich könnte kotzen. Ich könnte gerade wirklich frei rauskotzen. So eine Scheiße. Hauptsache die Leute sind länger hingehalten, weißt du? Hauptsache die Spielzeit verlängert. Irgendwie, egal wie. Ist einfach so erbärmlich teilweise, ne? Okay. Komm her. Komm her. Hätte ich gewusst, dass es reicht zu warten, bis der kommt, ne? Nicht schon wieder, Alter. Alter. Weißt du was? Ja, komm. Alter. Ja, komm. Boah, jetzt bist du nicht immer so stark, hä? Du Pussy. Oh, müssen sie weinen. Oh, schade. Das war die Strafe. Was ist denn hier? 800, 1600, 3000 Was ist denn hier schon wieder alles drin? Mach doch das hier raus Ich glaube, die sind im ganzen Schädigen hier rein Nein Das war ihr Untergang Alter, ich brauch ne Möglichkeit Ich will meinen Zahmen platzieren, Alter Nee, oder? Alter, nein, ich muss wieder komplett... Ich muss wieder komplett dahin laufen, ey, heilige Maria Ich kann nirgends... Ich kann nirgends nen Scheiß... Ich muss nicht mehr dahin, ich kann einfach durchrennen Was? Ich frage mich, was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Die sagen, ja, das ist geil, das machen wir so Ich versteh's nicht Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen Entweder testen die ihr eigenes Zeug nicht, wenn's fertig ist Und hauen's einfach raus Und hauen's einfach raus auf gut Glück, ne? Oder sie denken wirklich, das wär gut Also... Das sind sehr beeinträchtigende Spielmechaniken, würd ich sagen Boah, Glück hab ich Boah, mach ich das? Das lohnt sich doch eigentlich gar nicht, oder? Doch schon Ich brauch aber eigentlich noch einen Ich hab keine Punkte mehr, ne? Weil die Wutze mir alles weggenommen hat Ich geh da nicht mehr rein, das ist ja nicht... Obwohl, ich muss da rein Ach man, ich muss da rein Hallo again, Major Path Hallo again, Friend Ah, warte mal, ich... Doch, ich hab... Ich hab zum Glück Sooo, Leute Laterne kann ja aufwerten Jawoll So, einmal kann ich das andere, glaub ich, aufwerten Wie Magie Die Tau, Alter Willst du mich verarschen? Ach, du again Ich genau null Aber drei Laternen, ähm, ne? Und so Boah, reckt mich das auf Hoffentlich hab ich da oben nochmal eine Möglichkeit, dass ich da... Ich probier's aber mal mit vorbei rennen Oh, ich hab immer keinen Platz Ich mach da jetzt Platz Ich mach da auch irgendwie hin? Oh, ich hab da auch irgendwie hin Alter, der trifft mich ja noch Oh, ich hab er Mit genug Ausdauer kann der mich am Arsch lecken. Geht er jetzt nicht rein. Ist hier irgendwo ne Möglichkeit. Alter Junge. Alter Junge. Alter Junge. Alter Junge. Alter Junge. Alter Junge. Ah. Ah. Wow. Ein Schild? Äh... Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Aber... Und nun? Nein, lass mich rein Alter, da kommt lieber die scheiß Mauer nicht drüber Wer ist das denn? Das habe ich gerade gesehen von oben auf der Plattform Bestimmt doch was nicht Nein Alter Alter Lass mal gut sein Ich dachte schon Ja, ja, ist ja gut Tschüssi, Kowski Ich kann hier nicht rein ohne Umbra Shit, egal Alter Ich brauche Oh Gott, Gott sei Dank Ich muss gerade sagen Ich brauche einen fucking Spawnpoint So, gehen wir mal wieder auf die Hand Dann gehen wir mal hier drauf Und Ja Standard Ja, ist okay Ist okay Hä, was macht das denn? Umbra-Katalys Ah, okay Umbral Was ist denn mal Umbra? Das ist Umbral, verdammt nochmal Alter Halt doch mal still, wenn ich dich umbringen will Ja, ganz ehrlich, die da vornbremse Was ist denn so Ja, ganz ehrlich, die da vornbremse Ja, ganz ehrlich, die da vorne Ja, ganz ehrlich Die ist gut. Die Axt ist mit Frost, aber hier ist die halt nicht gut, ne? Die kann man für andere Teile des Spiels nehmen, wenn man nochmal durchspiele, irgendwie so, weißt du? Aber die ist halt nicht gut für... Für hier, für das Gebiet, würde ich sagen. Komm ich auch nicht rein, oder? Okay. Ha. Dieses Kälte-Ding geht auch ganz schwer wieder weg, ey. Ich dachte, das killt die Instant, aber anscheinend nicht. Ne, das sehe ich gar nicht ein. Äh, alter. Ah, okay. Ja! Fuck Es geht auch Schaden davon, immerhin Immerhin, immerhin Blumen? Keine Blumen Leute, ich brauche einen Checkpoint Alter Hier komme ich raus Ein Checkpoint, der wäre super Scheiß Kälte Schweinchen, ey Alter Nicht dein Ernst Das gibt's doch nicht Das gibt's doch Das gibt es nicht Wo spawn ich ihn? Okay Gut Aber an der Stelle sage ich mal danke fürs Zuschauen Es ist schon 5 Uhr morgens schon wieder Ich muss vernünftig sein Und ja Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut Tschüss Das ist ein Schuss Ich habe das schon mal Und dann Und ich habe das schon mal